Landbewohner, ihr habt meine Untertanen getötet und mein Heiligtum entweiht. Nun werdet ihr im Zorn der Fluten ertrinken. Ihr kriegt heute keine weiteren Opfer, Hexe. Kehrt zurück in eure Tiefen. Nun gut, ihr habt eure Wahl getroffen. Genießt eure letzten Atemzüge. Endlich, wir haben die Landestelle erreicht. Kriegshäuptling, als ihr weg wart, ist der Vulkan hier ausgebrochen. Die ganze Insel versinkt im Meer. Wie lange dauert es, bis die Schiffe repariert sind? Die Reparaturen sind fast abgeschlossen, Kriegshäuptling. Dann schließt sie schnell ab. Wir bekommen jeden Moment Gesellschaft. Verteidigt die Schiffe um jeden Preis. Lockregal, Noghul. Hey, wo sind denn alle hin? Sind sie mit euch gekommen? Hören zum Ausritt, Herr Augbauer. Also weiter. Was soll ich tun? Ich höre den Ruf. Unverzüglich. Wir haben nicht viel Zeit. Wonach steht euch der Sinn? Ihr braucht meine Hilfe? Ihr braucht meine Hilfe? Das ist ne gute Wahl, Mann. Das Dingo. Das ist ne gute Wahl, Mann. Das Dingo. Braucht ihr was? Hättet ihr einen Weg runter von der Insel? Unseres Gott wird angegriffen. Wie kann ich dienlich sein? Ich bin der Kriegshäuptling. Die Geister sind ruhelos. Ich höre den Ruf. Wonach steht euch der Sinn? Die Insel versinkt im Meer. Wir kommen mit euch, Mann. Unverzüglich. Wir werden angegriffen. Wir werden angegriffen. Also weiter. Ihr braucht meine Hilfe? Unverzüglich. Die Geister sind ruhelos. Hm. Wie kann ich dienlich sein? Warte auf euren Befehl. Wonach steht euch der Sinn? Das ist ne gute Wahl, Mann. Ich kann dir nicht sein. Ich kann dir nicht sein. Das ist ne gute Wahl. Lockregal, Nogul. Undabu. Kann ich euch helfen? Ich bin der Kriegshäuptling. Ja, Häuptling? Ich bin der Kriegshäuptling. Unsere Stadt wird angegriffen. Ja. Und Abu? Ja. Für die Ehre. Also weiter. Hallo? Wir werden angegriffen. Die Geister sind ruhelos. Und Abu. Ja? Aber gern. Ich bin der Kriegshäuptling. Blockregal, Nogul. Für die Ehre. Muss was getan werden? Eure Bemühungen sind umsonst, Landbewohner. Auf euch wartet nichts als die Dunkelheit der Tiefen. Für die Ehre. Und Abu. Für die Ehre. Ja. Und Abu. Ich bin der Kriegshäuptling. Ja, Häuptling? Marsch! Wir brauchen mehr Ork-Bauer. Wir brauchen mehr Ork-Bauer. Manchester. Wir brauchen mehr Ork-Bauer. Wir werden angegriffen. Locre-Ga-Nogul. Was wir wollen. Die Geister sind ruhelos. 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 Also weiter. Die Geister sind ruhelos. Die Geister sind ruhelos. Also weiter. Die Geister sind ruhelos. Die Geister sind ruhelos. Die Geister sind ruhelos. Ich bin der Kriegshäuptling. Die Geister sind ruhelos. 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 Dieses Land wird bald von den Fluten verschlungen. Die eisige Umarmung des Meeres erwartet euch. Ich bin der Kriegshäuftling. Bereit zum Ausritt. Lockregal, Nogul. Wir werden angegriffen. Ja. Omdabu. Niemand wird überleben. Wo soll ich hin? Bereit zum Ausritt. Zeit für ein bisschen Blut vergießen. Die Geister sind ruhelos. Es dauert nicht mehr lange, Kriegshäuftling. Die Schiffe sind fast bereit. Ich bin der Kriegshäuftling. Bereit zum Ausritt. Lockregal, Nogul. Wie kann ich dienlich sein? Das Ding go! Ihr braucht meine Hilfe. Bereit zum Ausritt. Unverzüglich. Also weiter. Also weiter. Für die Ehre. Bereit zum Ausritt. Wart auf euren Befehl. Ich bin der Kriegshäuftling. Ich bin der Kriegshäuftling. Die Geister sind ruhelos. Für die Ehre. Ich bin der Lufana. Lockregal, Nogul. Wir werden angegriffen. Wir werden angegriffen. Umdabu. Ja. Umdabu. Lasst euch Zeit. Schaut euch um. Wir werden angegriffen. Das Inventar ist voll. Die Geister sind ruhelos. Ja. Bereit zum Ausritt. Braucht ihr was? Ich bin der Kriegshäuftling. Für die Ehre. Ich bin der Kriegshäuftling. Ich bin der Kriegshäuftling. Die Geister sind ruhelos. Unseres Gott wird angegriffen. Umdabu. Bereit zum Ausritt. Wir werden angegriffen. Kein Problem. Also weiter. Für die Ehre. Ja. Unsere Stadt wird angegriffen. Umdabu. Für die Ehre. Umdabu. Bereit zum Ausritt. Haltet Stand, Krieger. Unsere Freiheit ist zum Greifen nah. Für Schicksalshäufer. Ja. Endlich rückt das Ende näher. Euer Tod ist erst der Anfang. Bald werden alle Landbewohner in einem feuchten Grab liegen. Nun. Es wird zum Ausritt. Ich bin der Tag, Krieger. Wir werden angegriffen. Jaaah! Lekreka, Nogun! Votra Helm ist tot! Segelt nur weiter, Landbewohner! Flieht! Die dunkle Flut wird euch alle verschlingen! Wenn sie einmal begonnen hat, kann ihr niemand entrinnen! Ich weiß nicht genau, was die Hexe meint, aber unsere Bestimmung liegt anderswo. Jetzt setzen wir erst einmal die Segel in Richtung Kalimdor. Dort wird sich unsere Zukunft offenbaren.